Wenn die jetzt wirklich schön locker bleiben, wenn die das erste mal mit so vielen in der Freifolge sind. Die vier, die es können, laufen bei mir. Schaut, dass ihr... Tiberius, Attacke! Na, wenn er jetzt kommt, hey, bei mir. Ah ne, Orbit, ne? Orbit. Jawohl. Der hat jetzt gerade gesagt, spinnst du, sind so viele Hunde? Ja, Tara ist auch noch, guck, Tara ist auch bei mir. Drei Meter hat sie, ja, das ist okay. Guck mal, vier Hunde, alle ohne Leiner. Sehr gut, und keiner rennt weg. Genau, und so fängt es an. Das ist okay, gehst einfach weiter. Ja, wer geguckt ja noch. Muss halt mal Pipi. Wenn sie fertig ist, kurze nette Erinnerung. Genau, sehr schön. Das ist eine schöne Freifolge. Sehr gut. Du kannst auch zwischendrin gleich mal ruhig Freifolge mit Spiel ab, mit Freilauf abwechseln, Alina, damit die Suki ein bisschen lockert. Suki und Tiberius sind noch ein bisschen sehr angespannt. Das ist nicht schlimm, gehst einfach weiter. Jetzt kann ich sie mal erinnern, kann ich sagen, Frege, bei mir. Genau, dass sie das nicht übers Schnüffeln vergisst. Genau. Jetzt ist sie wieder im Orbit. Sehr gut. Jetzt muss sie kacken. Jetzt ist es wird. Das ist eine Ausrede, die zählt. Time left, Frege. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Die anderen können auch super Freilauf machen. Das ist eine gute Gruppe. Da kannst du richtig was machen gleich. Das ist schön. Dann kannst du für morgen für die bei mir Stunde was aufbauen. Ja. Genau. Sehr schön. Maria, das nach vorne motivieren kannst du ruhig mit dem Kommando freundlich verbinden. Kannst ruhig sagen, hey Tara, bei mir. Da hinten fliegt ein Vogel. Wo ist denn der Lars jetzt hin? Wo ist denn der Lars jetzt hin? Achso. Sehr gut. Mega gut. Sehr schön. Also das war jetzt die fortgeschrittenen Stunde, die ihr da gerade gesehen habt. Da waren jetzt sechs Hunde da. Ein schöner sonniger Tag, aber es ist ein bisschen kalt. Dann kommen nicht mehr so viele und bei den Fortgeschritten sind es auch nicht so viele. Und vier davon, mit denen haben wir Freilauftraining gemacht. Bisher haben wir das Freilauftraining immer einzeln gemacht. Das heißt, jeder alleine und sind halt mit den Hunden gelaufen. Das Ziel ist, dass die sich nicht mehr als ein paar Meter von den Menschen entfernen. Die dürfen frei laufen, die können sich auch einigermaßen frei bewegen, aber sollen so einen 3-4 Meter Radius halten. Die dürfen pinkeln, dürfen schnüffeln, dürfen scheißen, aber sollen halt in dem Radius dann bleiben. Oder zumindest wieder sehr schnell nach reinkommen. Das war jetzt das erste Mal, dass diese vier, mit denen ich das gerade gemacht habe, das ist jetzt nach zwei Terminen. Also wir haben uns zweimal getroffen und das war der Sachstand jetzt gerade. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie in so einer großen Gruppe alle im Freilauf sind. Man hat gesehen, der Tiberius hat so ein bisschen gestockt am Anfang. Der hat gesagt, wie jetzt, warum so viele, verstehe ich nicht. Aber die haben das wirklich gut gemacht. Wie ihr seht, gibt es also auch Dinge, die relativ schnell zu erreichen sind. Also nach dem zweiten Treffen so einen Stand zu haben, ist schon gut. Aber das ist etwas, das ich nicht mit jedem machen kann. Da müssen die Hunde einen gewissen Sachstand haben. Bei denen jetzt, das ist wirklich toll, wir treffen uns morgen für das abschließende Training. Das dritte Mal mit der Truppe, nur mit dieser Freilauf-Truppe. Und dann werden wir tatsächlich Freifolge, Freilauf abwechselnd machen. Das heißt, die müssen fünf Minuten bei uns laufen, dann dürfen die Rennen und spielen. Dann müssen wieder fünf Minuten bei uns laufen. Dann müssen vielleicht mal nur zwei bei mir laufen. Also in der Freifolge und zwei haben Freilauf, dürfen Rennen, spielen, doben. Dann wieder umgekehrt. Und so steigert man das Stück für Stück. Bis man irgendwann mit seinem Hund auch problemlos in der Freifolge laufen kann, wenn da rundherum fünf andere Hunde toben. Es ist bei allem so, dass ihr mit eurem Hund trainiert. Fangt mit wenig Ablenkung an, fangt alleine an, bis ihr da einen guten Sachstand habt. Dann bringt ihr eine neue Ablenkung rein. Oder einen zweiten Hund. Oder dann macht ihr es mit mehreren Leuten. Dann macht ihr es in einer neuen Umgebung. Legt Stück für Stück für Stück die Latte immer höher. Die meisten Menschen haben das Hauptproblem oder ein großes Problem damit, dass sie einfach zu schnell zu viel wollen. Es spricht nichts dagegen, sich einfach noch eine Woche mehr Zeit zu lassen und im Zweifel lieber eine Woche länger alleine zu üben und dann mit mehr Ablenkungen, mit mehr Leuten zu trainieren. Das war's für heute. Tschüss.